so folgt mir schnell wir müssen hier weiter die nächste hütte wartet auch schon hoho schaut euch an gestartet das teil hier ist was haben wir hier kaffee gefrorenen gefrorene wasserflaschen da habe ich auch schlechte erfahrung damit gemacht im ersten teil oder nicht im ersten teil ich meine in irgendein teil da habe ich doch mit einer wasserflasche auf einen pc also auf einen laptop geschlagen und ja der laptop hat mich dann daraufhin erschlagen so ich höre hier lautes geschrei und hier ein riesiger felsen der mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen ist das scheint irgendwie das zentrum zu sein schätze ich jetzt einfach mal weil sowas steht nicht überall der legt die waffe das bin ich ich will hier nämlich rein so ich möchte hier rein und die schotflinte nehmen da müsste ich aber das fallen lassen das mag ich nicht ja mich höre ich so kommt erst mal mit nein nur dass ihr irgend so scheiße macht da stehen welche rum vielleicht haben die auch was dabei kommt ihr ja ihr seid noch im haus drin oder hinten dahinten 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 seid ihr kaputt kaputt du bist dahinten versteckt sich aber nicht von mir stil äh oh ich habe keine muni mehr und ihr fällt hier auch alle bäume na toll oder unten sind viele schnell weg sonst bin ich zu nah dran so jetzt hoffe ich dir hat was geholfen kaputt 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 kann ich dich nehmen wahrscheinlich nicht cool oh was was ist es die haben selbstzerstörungsmechanismus noch mit sich drin nein in sich eingebaut verdammt da hinten steht ein panzer vielleicht können wir den benutzen so und ihr seid alle hier ja 1 2 3 4 ich glaube mal schon haben wir hier was in der hütte dann gehen wir durch zu dem panzer vielleicht findet oder vielleicht kann ich ja den hier auch steuern aus dem ersten teil weiß ich es aber aus dem hier hey das sind zwei panzer so kann ich schon mal schießen und von innen kann ich auch auf den ersten platz vielleicht wechseln ne ich kann nicht nach innen wechseln geht ja nicht irgendwie vielleicht im ersten glaube ich jetzt auch kaum aber oh eingefrohene pferde ich glaube es echt eher kaum schön wäre es natürlich ah die sind wahrscheinlich kaputt gegangen bei der kälte anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären vor allem beunruhigt mich hier eins dieses sehr sehr laute gestreif unserem monster teil hier ist lauter eingefrorene pferde auch kva einheit ja wie soll es anders sein ich könnte ich auch hier nicht nach innen ich werde die waffe mal hier ausrüsten was geht ja stimmt granatwerfer aufsatz ist gut laser wie sie ist auch gut so jetzt mache ich hier wieder meinen laser aufsatz drauf und kann ich hier was neues hin machen nein was ist hier so ewig laut hey kann ich den benutzen ne der ist geschottet wir haben was auf dem radar gefunden was zum scheiße das gibt es doch nicht das gibt es echt nicht heilige scheiße übles teil also meine herren der bastard steht zwischen uns und dem tunnel eingang nehmen wir ihn auseinander jungs he 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 ok kümmert ihr euch darum ich ich verziehe mich hier mal und tüftelt an der taktik ähm was könnte ich machen keine munition habe ich hier irgendeine munition granatwerfer eh kaputt komm schon äh vielleicht kann ich hier diese em granaten einsetzen scheiße 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 nein nein jetzt habe ich das gemacht was es nicht machen soll komm schon das teil muss augen oder sowas haben außer Gesicht so jetzt habe ich hier granaten die sind echt praktisch scheiße der schleudert hier mit menschen rum sind es unsere? nein kiefer ok mache ja scheiße mit wem schleudert der da rum und ich habe keine granaten mehr Mist es hilft nur noch Gewalt du bist so groß du passt nicht mal da rein ok zu mir keine munition shit es hilft nur noch sowas mh helles licht ist nicht gut nein 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 ich bin eingefroren schnell zurück schnell zurück du frierst mich nur ein nicht ich bin ja letzte Runde wow shit du hast mich an uns und scheiß ab wow gerade noch scheiße du bist doch in die Luft oder was konfetti konfetti so löst dich nicht ab wow das war heftig heftig geht